Superman, wir gehen in die Tischstellung, Vierfüßlerstand, rechter Arm, linkes Bein, Blick nach unten, der Bauch ist fest und kreist die Arme und das Bein auf und ab. Zehn Mal. Dann ändert die Richtung vorne. Und jetzt kurz halten und Ellenbogen, Knie zusammen auseinander. Fünf Mal. Und wir wechseln die Seite, linker Arm, rechtes Bein, vorne wieder kreisen, Bein auf und ab. Und Richtungswechsel. Die Knie- und Ellenbogen zusammenbringen.